So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Füge Gegnern, ihr habt es schon gehört, Explosionsschaden zu. Wie machen wir das am besten? Oh Gott, entweder wie der Kollege hier, gerade der jetzt irgendwie so ein bisschen auf mich abgesehen hat, mit dem Boom-Bogen, den können wir herstellen, indem wir halt wie ich hier den Bogen haben und natürlich dann 6 Granaten haben. Des Weiteren mit der RPG, die ist nur zu finden in Vorräten oder von gewissen Händlern. Also zur Zeit haben wir mehrere Möglichkeiten, dann natürlich Granaten und der Schaden ist natürlich auch zu machen mit den Booten. So, wir werden jetzt mal, ihr werdet schon merken, in Gruppenkeile derzeit werden alle Kills mit RPG gemacht und hast du nicht gesehen, also anders nervig. Und wie gesagt, wenn ich euch hiermit schon helfen konnte, gerne einen Like da lassen, gerne auch meinen Creator-Code eintragen, YT-Family. Da war schon der erste. Es ist halt einfach eklig, gerade zur Zeit Gruppenkeile zu spielen, weil halt jeder mit der RPG rumrennt. Aber es gehört halt zur Aufgabe dazu, also bleibt uns nichts anderes übrig. Zack, der nächste. So, wie viel Schaden haben wir jetzt gemacht? 200 noch was, das Ganze muss ich dann quasi noch bei 8 Gegnern machen. Denkt dran, ihr bekommt immer, jedes Mal, wenn ihr gestorben seid, eine Munitionskugel quasi wieder dazu. Also jedes Mal, wenn ihr wieder respawnt, bekommt ihr eine Munitionskugel dazu. Heißt, wenn ihr alles leer geschossen habt, einfach sterben, bekommt ihr die nächste Ladung. So, gerade gucken, ob wir den Schnüschuh auch noch wegkriegen. Läuft. Geht überhaupt direkt der Treffer? Nö. Ah, siehste, Boom-Bogen, man kennt das. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen, gerne direkt da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.